Willkommen zurück bei Fressen aus XXL. Heute mit Barbara Fütteberger, Miriam Büls, Oliver Büls und Paul Panzer. Tja, wenn zwei Frauen da sind, da tun sich doch völlig neue Möglichkeiten auf, möchte ich da mal sagen. Spielen wir doch einfach mal Frauenknast. Das wäre doch mal was. Miriam, Barbara, ihr brecht aus dem Frauenknast aus. Paul, du auch, wie du reingekommen bist, ich weiß es nicht genau. Wie ich dich kenne, wirst du irgendeine Möglichkeit gefunden haben. Jedenfalls, ihr drei brecht aus. Miriam, du bist die Anführerin. Du darfst in dieser Szene sagen, was du willst. Du darfst die Szene führen. Aber Paul und Barbara, ihr seid nicht nur aussätzig, ihr seid leider auch zweisätzig. Das bedeutet, ihr habt nur zwei Sätze jeweils zur Verfügung. Und zwar, Barbara, du bist hier etwas Forscher. Du darfst immer sagen, mein Gott ist das groß. Und nimm die Schere. Paul, etwas ängstlicher an Natur. Du sagst, kannst du mal kratzen. Und da steckst du nicht drin. Diese beiden Sätze müssen jeweils reichen für die gesamte Szene des Ausbruchs. Weißt du noch, was du für Sätze hattest? Meistens vergisst man die sofort. Kannst du mal kratzen. Kannst du mal kratzen. Sehr, sehr schön. Und da steckst du nicht drin. Mein Gott. Ich bin ja hier, wenn du nicht. Mein Gott ist das groß. Und nimm doch die Schere. Meistens ist das groß. Und nimm die Schere. Nimm die Schere. Ja? Okay. Gut. Ja. Gut. Ja. Gut. Ja. Ich begrüße mich zu deiner Begleitung. Mein Gott ist das groß. Genau. Das sind kleine Häftlingshäftlingenden Uniformen. Mein Gott ist das groß. Ne. Wie soll ich denn da reinkommen? Weitgekommen. Der Paul hat einfach diese sensationelle Oberweite. Das war auch sein Problem. Richtig. Mit den Wärterinnen, was er hatte. Der muss einfach raus. Also, okay. Ihr steckt mitten im Ausbruch. Ich sag nochmal die beiden Sätze von Paul. Kannst du mal kratzen und da steckst du nicht drin. Barbara, mein Gott ist das groß. Nimm die Schere. Getrennt natürlich. Also? Ja. Viel Spaß. So, pass mal auf. Ihr habt folgenden Plan, ne? Wir gehen nach dem Essen in diese Dinger rein. Die Wägen, wo das Essen drin ist. Da verstecken wir uns und lassen uns rausrollen. Ist das klar? Ach, kannst du mal kratzen. Nimm doch die Schere. Was? Nimm doch die Schere. Bist du bekloppt? Wir wollen uns jetzt nicht auch gegenseitig verstümmeln vorher. Ja, wir wollen raus, Leute, oder? Kannst du den Ausschlag mal vielleicht ein bisschen vergessen jetzt. Ha, steckst du nicht drin. So, also. Die kommen gleich mit dem Essen rein. Wir essen und setzen uns dann in diese Essenswägen. Unten drunter sind ja Decken drüber, ne? Wir üben das schon mal. Hallo? Ja, hier. Wir machen uns mal ganz klein. Wir machen uns mal ganz klein, damit wir in die Wägen passen. Zeig mal, wie klein du dich machen kannst. Nimm doch die Schere. Um die Beine abzuschnippeln. Ja. Ja, mach dich mal klein, ne? Mach du dich auch mal klein. Ach, kannst du mal kratzen hier, ne? Ah. So, jetzt. Hier. Jeder in einen so'n Essenswagen rein, Leute. Das wird super mit euch. Das sehe ich schon. Und dann einfach hintereinander raus. So, hier. Immer ein Stück leise. Leise, ne? Nichts sagen. Ja, steckst du nicht drin, hab ich gesagt. Ne, natürlich steckst du nicht drin. Ja, doch, steckst du auch in den... Was, mit euch? Kann ich vielleicht... Was ist denn los? Kannst du mal kratzen? Mein Gott, mein Gott, wo? Komm her, Felsche. Hat einer von euch irgendwas an dem Plan auszusetzen oder hat jemand einen besseren Plan? Kann er dir jetzt vorschlagen? Kann ich ja mal kratzen. Nimm doch die Schere. Warte mal, ich steck dir die hinten rein, dann hört das vielleicht auf. So. Juckt noch? Ja, stimmt. Also Leute, jetzt gleich Essen ist da, ne? Hast du, willst du mir irgendwas sagen noch vorher? Kannst du mal kratzen. Mein Gott, ist die groß? Ja, der sieht so schlecht. Ich frage mich so, wenn du im Frauenknast sitzt. Ja, steckst du nicht drin. Ja. Du schon. Also, langsam raus, ne? Hinten. Kommst du mit oder bleibst du noch was hier? Kannst du... Nee, komm, geh. Jetzt links, links, links. Mein Gott, ist das groß? Nein! Links! Nee, Gott sei Dank! Mit euch kümmer. Ich muss das hier aussehen. Ja.